Wir haben im Moment auf dem Ausbildungsmarkt ja eine recht widersprüchliche Situation. Auf der einen Seite gibt es viele tausend unbesetzte Ausbildungsplätze, auf der anderen Seite aber auch Jahr für Jahr viele, viele Bewerberinnen und Bewerber, die bei der Ausbildungsplatzsuche leer ausgehen. Das betrifft vor allem Jugendliche mit niedriger Schulbildung. Vor dem Hintergrund haben wir über 100 Fachleute aus allen Bereichen der beruflichen Bildung befragt, wie sich denn die Ausbildungsperspektiven gerade von Jugendlichen mit niedriger Schulbildung in Zukunft entwickeln werden. Und da zeigt sich ein recht düsteres Bild. Insgesamt kann man sagen, dass die Anforderungen an Ausbildungsberufe tendenziell zunehmen. Das liegt an der Digitalisierung, das liegt an der technischen Entwicklung und das gilt eben auch für Berufe, die gerade für Jugendliche mit niedriger Schulbildung infrage kommen. Die Hürden für diese Jugendlichen in Ausbildung zu kommen, werden also höher und gleichzeitig verschlechtern sich die Chancen, als Ungelernte auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Fachleute haben uns verschiedene Ansätze mit auf den Weg gegeben. Das ist zum einen die Berufsorientierung an der Schule. Da wäre zum zweiten die individuelle Begleitung, also die Jugendlichen da abzuholen, wo sie sind und sie mit Coaching und Beratung auf den Weg in die Ausbildung zu bringen. Zum dritten aber auch systemische Ansätze, wie zum Beispiel eine Flexibilisierung der Ausbildung, die es ermöglicht, sie auch in Teilschritten zu absolvieren. Wir von der Bertelsmann Stiftung halten es darüber hinaus für absolut wichtig, dass die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbarte Ausbildungsgarantie zügig und wirkungsvoll umgesetzt wird, damit wir eben hier und jetzt so vielen Jugendlichen wie möglich eine Ausbildungschance geben. Das ist nicht nur wichtig für den Einzelnen, das ist auch wichtig für die Wirtschaft, die ja dringend Fachkräfte benötigt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020